So, ich spiele mit meinem Bruder, Minecraft Xbox 300 Edition, los, mach doch starten, ah, tut mir leid, mein Bruder sagt jetzt mal hallo, hi, wir nennen die Welt, wir nennen dir die Welt, ähm, Part, Minecraft Part, nennen wir sie, die, Minecraft Part, wir wollen was komisches, nein, das machen wir doch, wir nehmen, die Welt, Minecraft Part, und wir machen, wir haben zu und treiben irgendwas, nein, weil wir nennen die, weil ich doch Part, darum können wir sie auch die Part nennen, okay, ähm, B, ich weiß, wie man Part schreibt, kann man nicht zurückkehren lassen, Part 1, nein, nein, weißt du, wieso, das bleibt ja nicht so immer 1, darum nur Part, ja, Frau, paar und endlich, cruiser, nur Überleben, Modus, Al, Versoktion, Moenstasita, wo soll das die heißen, Part, nein, hier, ich halt, ah, fährt, Ich hab irgendwas Leute. Ich will was komisches haben. Aus. Der Sieg kann riesengroß werden Leute. Der ist riesig. Neue werden wir schaffen. Ich esse noch und meine Schwester isst auch noch. Ein Eis. Das Video gibt jedes Partner von uns. Ja, ungefähr 15 Minuten immer. Ja. Ich sag das jetzt gerade nur wegen dem ich liebe. Du bist hier unten los geworden. Nein, ich hab dann runter gegangen. Ne, ich kann nicht so gut machen, weil ich... AUSCH! Ich bin auf der HB 25 und an 60. Wer sind die? Ja. 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 Okay. Ja. 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 Wir reden gar nicht so viel. Ja. Wir leben zusammen. Jeder braucht hier auf. Es ist 8 Blöcke Abstand. Meistens vielleicht. Oh, ein Schwein. Ich esse heute Schwein. Ich krieg Schwein mit. Mhm. Lass dich quälen schreien. Wird's dunkel? Nein. Mein Mitglied ist Fichtenholz. Ich hab Schalter. Du hast meinen Schalter. Hä, wieso hab ich einen Schalter gebaut? Wieso hast du Zeit, Zeit gebaut? Wieso hast du zwölf gebaut? Wieso hast du zwölf gebaut? Vielleicht hast du die ganze Zeit gelb gezwungen, hast du die Schalter mitgenommen. Die Schalter baut man einfach, wenn man ein Klotz hier hin drückt. Oh ja. Ich hatte jetzt zwölf gedaukelt und dann Y gedrückt. Super. Zwölf Schalter. Ja, für Fallen. Was? Für TNT-Kanonen. Ich misse hier schon mal aus, damit wir hier unsere Hütten bauen können. Hier? Bei mir. Weil hier wieder ein Berg ist bei dir. Bei mir ist nichts. Ich bin hier. Ja, hier wo die Berg sind und da. Das ist die. Misst du hier mit aus? Natürlich, Baby. Ähm, kriege ich dafür ein bisschen Eichen, weil hier sind gerade zurzeit viel Birke. Und da haben wir noch Birke. Das kostet. Ja, aber nicht so viel wie Eiche. Und das ist ja, ja, hier ist ein ganzes Wald voller Eiche. Ja, aber mehr Birke. Da. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen ausmisten für unsere Wohnung. Ich misste hier Eiche aus. Ich misste Eiche aus. Wir beide missten Eiche aus. Aber ich setze zuerst das Feld. Das Feld? Er hat mein Hütterchen. Und ich mache acht Blöcke am Start. Und hierhin setze ich es. Einnehmen den Baum. Ich schrotte den Baum. Aber es muss für uns beide perfekt sein. Es wird für mich perfekt sein. Wie? Es wird für mich perfekt sein. Es wird hier drüben sein. Ja. Eigentlich hier drüben ist... Ja, mein Vorsatz hat für den Baum gereicht. Toll und ich bin... Wir müssen mindestens acht haben. Mach du bitte den Bier. Ich habe keine Angst, Mom. Dann einfach so mit Hand teil. Nein. Aber wir müssen genau acht haben. Okay. Also... Was machst du? Steine graben. Ich brauche so eine kleine Treppe. Nein. 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 Er hat Block gemacht mit der Spezacke. Ja. Jetzt sind es 59. Ich weiß nicht. Dann brauche ich einfach mit der Spezacke einen Stein auf. Ich will hier mal ein bisschen Kohle und Eisen. Hinschie. Ich brauche keine Kraft! Ich brauche eine gute Ecke! Nein! Ja Radio! Das muss nicht sein! Ich brauche keine Ecke. Ich brauche es nicht. Ich brauche noch nicht zu. Sehr, sehr büchel. Ich finde immer noch kein Eis mehr. Apfel! Oh, Äpfel, Äpfel! Ah, keine Äpfel sind da. Ja. Und seit vielen Jahren auch. Ha! Wenn wir nicht hier beim Haus pflanzen, sonst haben wir ja sonst die Hausmaske. Ich mach dann eine Apfel. Ja, wir beide machen gerade. Und wir machen wahrscheinlich Hunderte von den Folgen. Oder vielleicht ein Jahrprojekt. Ja, 356 Folgen oder 45? Schreibt mir einfach in die Kommentare, ich bin mir nämlich nie sicher, ob es 65 oder 56 sind. Wo ist meine Wettbewerb? Ich verwandle erstmal die Hälfte. Die Hälfte von das. Etwas wird gebraucht für die Ecken. Ich mag nicht Ecken los. Das habe ich auch so 40 Stück. Braucht genau 16. 4, 8, 12, 16. 6, 18. Und es geht etwas mehr. Ja, wir werden ja nicht haben, weil ich will noch mal selbst gehen. Scheiße! Jetzt muss ich mit Hand fällen. Oh! 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 Ich muss jetzt mal ein Haus fahren. Dann muss ich hier. Und was ist das da? Da? Das? 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 So! Und jetzt ordne ich mich. Steinsperrt hier hin. Steinsperrt hier oben. Achst! Achst! Hier hin! Achst! Perfekt! Hier hin! Hier hin! Du kannst hier auch gerne hingehen und Steine zusammen. Hallo! Hallo! Hier ist so gleich unser Bau. Du kannst hier überall rumkrabbeln. Du kannst hier rumkuschen. Das sind nur noch ein paar Steine. Nein, ich baue weiter meine Kälte. Das wird jetzt unsere Mine. Nein, meine Mine wird im Haufen. Ja, natürlich. Das bedecke ich alles wieder mit Erde. Aber der kann dann Monster fahren. Und wie denn? Du meinst ausführen, oder? Nein. Aber sonst kann Monster fahren. Aber dann gehen wir hier eh nicht mehr ran. Der war noch kein Eis mehr. Was soll's? Eisen! Scherz! Dachtest du, ich hätte Eisen? Ja. Ich find hier nie Eisen. Ich hab immer noch gern Eisen heute. Kohle dafür, oder? Und man ist ja draußen dunkel. Kann mir ein Bett bauen. Und ich? Nicht. Du hast heute nicht getötet. Tiere. Äh, Schafe schon. Äh, nein. Alles außer Schafe. Du hast keine Schweine getötet. Nein, ja. Du hast gar nichts getötet. Ja. Du hast nur Obst. Ähm, wir müssen jetzt gleich das Video aufführen und was wir, ähm, gleich tun, weil, ähm, der Akku ist... nur noch 10%. Soll es so hoch sein? Äh, das ist meins. Ja. Soll hier jetzt die erste Begabstand? Ähm, äh... Können wir noch den zweiten Part machen? Ja, das hast du alle. Wie viel? 10. Dann machen wir kurz auf. Okay, jetzt machen wir den Part aus. Also, und tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss. Puppet. Puppet.